Zwischen 1953 und 1962 kamen insgesamt 332 zweimotorige Schienenbusse der Baureihe VT98 zur Deutschen Bundesbahn. Bis auf wenige Exemplare ist der Bestand der heutigen Baureihe 798 zusammengeschrumpft. Auch der Einsatz auf der Ammertalbahn zwischen Tübingen und Entringen wird bald zu Ende gehen. Noch im Bahnhof Tübingen wird die Strecke nach Horb verlassen. Stark stilllegungsbedroht ist die Ammertalbahn. Nur noch früh und mittags sind die roten Schienenbusse im Schülerverkehr unterwegs. Entsprechend schwach ist die Auslastung während der Ferienmonate. Halt im Bahnhof Pfeffingen. Auch hier warten keine Fahrgäste. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Entlang der schwäbischen Dichterstraße folgt die Bahn dem kleinen Flüsschen Ammer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Endstation für unsere dreiteilige Einheit, die aus Steuer-, Bei- und Triebwagen besteht, ist im Bahnhof Entringen. An bessere Zeiten erinnert das Bahnhofsambiente. Endstation für die Bahnhof Entringen Endstation für die Bahnhof Entringen Endstation für die Bahnhof Entringen Nach nur einminütigem Aufenthalt macht sich der Zug wieder auf den Rückweg nach Tübingen. In Entringen hat sich sogar ein Fahrgast in den Zug verirrt. Endstation für die Bahnhof Entringen Endstation für die Bahnhof Entringen Endstation für die Bahnhof Entringen Bis zum Ablauf der Fristen werden die roten Schienenbusse voraussichtlich noch eingesetzt, das heißt vielleicht sogar bis weit in das nächste Jahr hinein. Bis zum Ablauf der Fristen. 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 Bis zum Ablauf der Fristen.